machen wir noch ein stündchen prima daumen kann noch ein bisschen kürzer werden ja ich habe gerade die rekrutierung gemacht das ist ja auch schon das maximum du kannst global ein paar reiter noch holen dauert halt dann vier runden aber du stehst da eh zur verteidigung jetzt mal auf gewaltmarsch komm grünerrittern gehst halt in die armee rein ich weiß der grüne ritter keine agentenaktionen hat so und ich habe ich aus versehen scheiße da war ja was eine armee also eine einer raus aus der truppe hatte sie ja aus versehen aus der armee rausgenommen soll er wieder rein und schönen guten abend lazarus du hast mal ich habe keine lust auf krieg jedenfalls nicht für 3000 wenn ich mal richtig geld investieren eigentlich der twist bei banana twist geschmack müllermilch hast du was drauf geschrieben es ist eigentlich total bitter dass ich müllermilch trinke wobei ich gar keine milch mehr trinke im privaten gebrauch aber ich weiß es gibt ein müllermilch vegan und das wurde relativ schnell glaube ich wieder aus den regalen genommen das hatte nämlich sogar flaschenpfand weil die die flasche dann auch irgendwie anders hergestellt haben wodurch das ein flaschenpfand bekommen hat plötzlich was die normale flasche eben nicht hat 11 runden für einen moment ich mach das nochmal weg hier sich um das wird es sind unter und die 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 es ein die die Okay. Die Sonnendrachen rekrutieren. Ah, Hilfe, ich habe das Falsche gedrückt. Um 30% Bonus für Forschung. Naja, ich baue ja noch ein bisschen die Truppen aus. Und wenn ich meine Hauptarmee fertig habe, kann ich ja zu den Heiligen Krieg eben rüber teleportieren. Und schauen, ob das ausreicht mit meiner Hauptarmee. Oh, eine andere Frage wäre, was spielen wir heute Abend noch? Ich würde ja zu Spider-Man tendieren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache für Freitagabend. Hm, wir verteilen die reiche Ernte. No, no! Schön erfolgreich. Ich habe Norska angetuckert. 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 Fertig. Du musst jetzt in den Trupp rein. Kannst du die Ausbauten noch machen? Hm, da fehlt mir auch einfach nur was Geld. Müssen wir ein paar Runden ein bisschen was einsparen. Dann auch zum heiligen Krieg. Das soll eine mannhafte Niederlage werden. Was können Sie mir noch nicht erzählen? Das wäre natürlich bitter, aber es kann ja nicht sein. Meine Truppe ist doch nicht schwach. Meine Helden sind richtig gut. Unser Marsch durch die Chaosfüste war beschwerlich, mein Fürst. Doch nun, endlich, zahlt sich unsere Tapferkeit aus. Der Krieg führte uns in dieses gnadenlose Ödland, wo die Mächte der Verderbnis uns auflauern. Doch bretonische Ritter sind tapfere, ehrenhafte und fürwahr ritterliche Streiter. Das Königreich verlässt sich auf euch, mein Herr. Treibt diesen Schmutz zurück ins Moor. Das Königreich verlässt sich auf die Frau. Die Frau! Ich bin der König hier. sind doch Rang 9, oder? von der Erfahrung her ja Greifenpower yeah ich bin mit einer viel zu großen Lanze auf meinem Greifen bereit für den Angriff Ritter ja 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 oh mein Gott Unterstützung und wo auch immer ja 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 ich weiß ich bin ein bisschen überfällig mit dem spazieren aber wir waren vorhin ja da ist jetzt zwei riesen haufen geschissen ich kann mich daran noch ganz genau erinnern das heißt es lange nicht dass wir jetzt wieder raus gehen müssen wir gehen gleich raus wenn ich hier fertig bin ich bin das eifertier hier ich bin das eifertier ich bin das eifertier wuff 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 keine widerworte rückanführer also da muss ich aufstehen muss ich aufstehen weg da raus weiter weiter hopp haha scheiße also irgendwie habe ich mir ein bisschen mehr erwartet bei der äh quest schlacht die unterstützung ist nämlich null nötig gewesen protect betonia take the ground take the ground damsel forthwith the ladies chosen very well take the ground take the ground to britannia squires battle pels take the ground break them for the king and then Oh, der Sonnenfresser trifft ein. Ein verbündeter Kommandant ist gestorben. Wir müssen uns mal neu aufstellen. Jeder sagt Sonnenfresser, aber sein Name ist Sonnenschlinger zu Deutsch hier. Und ich denke mal, die werden die deutschen Namen benutzen, die auch in der Lore drinstehen. Und nicht einfach ein Übersetzungsteam dransetzen. Oh, ich habe es auch an einem Fresser gesagt. Entschuldigung. Ich meine natürlich das Richtige immer, wenn ich etwas Falsches sage. Scheiße, geh weg von dem. Wir sollen die Leute rangehen, die gegen große Einheiten-Bonus haben. Ich bin die Frau. Abwarte Jetzt muss der King halt kommen. Wir müssen da raus. Können auch ein bisschen abhauen. Mein Gott, es kommen noch mehr Feinde. Weg von denen. Gehen wir jetzt erstmal hinter den verbündeten Truppen zurück. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Ich brauche eine Info, wer von uns noch fit ist. Boah, du dämlicher Sauhund, ey. Hau ihn weg, wenn möglich. Ja, das schafft er nicht ab. Der Random-General ist auch gestorben. Achso, das ist zwar gut gegen Artillerie-Wappen. Egal. Verflucht sie. Hoffentlich war es der letzte Rupp von dem Chaos. Aber langsam gehen mir auch die Einheiten aus. Die Frische war einmal. Nein. Reheben. We fight as Grail Tatarium. Ladies Chosen. Cleanse our land. Heroes of Bretonnia. Brave Knights. Knights. Call the King. Be süß. Steins. Ready for battle. Da ist noch Chaosbrut. Das werden die auch nicht lange überleben. Die Chaosbrut will nicht lange überleben und das war's dann. Ja, außer die schicken mir halt nochmal was über den Rand der Karte, aber das war's. Achon, der ewige Auserwählte, Siegwald der Prachtvolle, Satoral der Ewigwachende und Oleg Sonnenfresser. Alle getötet. Sie. Och Schätzchen. Warum kriegt der den? Du bist sieben Prozent bewegungsreich, weil das geht natürlich Leon. Äh, zuversichtlicher Verteidiger. Hä, was? Also mit Verteilung hat das doch gerade nichts zu tun gehabt. Dunkler Meuchler. Archaron besiegt, den ewigen Auserwählten. Prinz Siegwald besiegt, physische Resistenz, Chance auf Diebstahl eines magischen Gegenstands erhöht. Kodex Sonnenfresser besiegt, Bonus gegen große Feinde plus 20. Und abgeschlossen. Und meine Ritterlichkeit ist jetzt auf 10.000. Und ihr müsst euch jetzt erstmal erholen. So, Gerichtsvollzieher nochmal plus fünf Prozent Kampagnenreichweite. 27 Prozent plus 10 Prozent. So, plus 37 Prozent müsst ihr eigentlich Kampagnenreichweite haben. So, du hattest zuletzt Kampftraining bekommen. Ja, ich weiß, ich könnte auch hier oben über die Leiste gehen und die auswählen. Aber irgendwie bin ich alte Schule. Ich klicke immer gleich mal unten drauf. Äh, ja, ich weiß wer du bist. Ich hab dich rekrutiert. Ich hab grad noch gedacht, an sich muss ich das gar nicht machen. Weil die ja noch den Buff hatte für Technologie. Du musst ja eigentlich immer nur machen, wenn die den Buff verliert in der Runde. Aber du kannst ja auch XP so generieren. Okay, das hatte ich schon alles gemacht. Kieslev! Aber ihr mögt mich auch. Ihr habt auch mit den ähnlichen Fraktionen Krieg wie ich. Genau, direkt nicht anderes Pack machen. Hm. Hm. You have been most quick. Ja. Ungefähr film. Ja,합니다. ila. Ja. Ja, alle Mops kommen jetzt auch, Mensch. Versuchen wir es einfach. Irgendwie ist die Stadtverteilung mit Bretonen nur mit Bauern-Einheiten einfach... Nacke. Da werden jetzt auch die zwei Ritter hier nicht helfen. Olog, denn ein Ritter Bretonnias ist euer Schild. Und er wird hier wieder, aufgrund der Größe der Armee, wird er von drei Seiten angreifen. Was ja immer das Schönste ist. So, hier haben wir wenigstens nur... ...einen Zugang. Hier ist das doof, weil hier haben wir vier Zugänge. Also... ...Person Bowman! Du da hin, du da hin! ...Battle ready! ...Person! Könnt ihr euch hier hinstellen. ... ... ... ... Hmm, er wird da hochlaufen. Zum Siegpunkt. Kann nicht alle Seiten verteidigen wieder. Das ist halt so eine Kacke. Wunderbar! Buckle ready! Noble knights! Show us the foal! Shields, aye! Da hin. So, habe ich noch irgendwas in der Mitte vergessen? Ich glaube, ich habe alle Einheiten in dem Eingang zugeteilt. Ich wünsche halt noch mehr Speermänner. Hey! Infanterie! Camper! Hallo, ich bin in der Verteidigung. Was soll ich denn sonst machen? Hmm. Ich seh schon, der Kampf gegen das Mammut läuft gut. Ich seh schon, der Kampf gegen das Mammut läuft. Ich seh schon, der Kampf gegen das Mammut läuft. Ich seh schon, der Kampf gegen das Mammut läuft. Ich seh noch weiter zurück. Ich seh schon, der Kampf gegen das Mammut läuft. Ja, also für ihr 1400 Taturen brauche ich gar nicht erst bauen. Weil es leider Abfall ist. Ich seh schon, der Kampf gegen das Mammut läuft. Ich seh schon, der Kampf gegen das Mammut läuft. Wo wir Bretonen denken, Landsknechte sind richtige Einheiten. Das Schlimme ist eigentlich, dass hier alles irgendwie in Raserei verfällt. Wir servieren den König. Knights erraten sofort! Geht her! Reel knights, bound by honor. Deshalb keine Chance. Nein, da. Kein De Lion's Will We serve the king Brandman Perzen Bowman Ready for orders Bowman, hey Protect Bretonnia Get out of here Scheiße, wenn ich diese Schlacht verloren habe, gehen wir auch raus. Es sind hier so viele drin, dass der es trotzdem übernehmen kann. Ach, scheiße. Und euch darf ich irgendwie nicht bewegen. Scheiße! Das war eine Verteidigungsschlag und Bretonen sind in Verteidigung einfach scheiße. Die Garnisionstruppen sind einfach nicht der Rede wert. Richtig, nee Reiter, es wäre ja cool wenn du Reiter hättest zur Verteidigung. Du hast jetzt bei einer vollen Garnision mit irgendeiner Festung noch dabei und so weiter zwei Reiter kriegst. Ne die Bauerneinheiten sind halt schwach, die Reiter, das ist ja das, die Betonen sind halt ein Reitervolk. Fertig. So, dann zwingst du die Angriffsarmee von ihm weg. Hast Trog besiegt und kriegst einen Bonus gegen große Feinde. Und das zählt wenigstens als ein Feind den Kommandanten erledigt im Kampf. Seas, ich sehe mein Weg. So, ich glaube durch die Nachrekrutierung ist der... Noch einen vollgemacht, ne? Ich bin nur fast von über 2000 bitte jetzt runtergefallen. Ah, sehr schön. 15% mehr Verluste werden verursacht in Zukunft. Ein paar Einheiten angreifen. Aber ja, heute ist eigentlich expansionstechnisch bei mir gar nichts passiert. Weil, ja, das Versuch gegen Chaos im Norden zu kämpfen war halt scheiße, hat gut funktioniert nämlich null. Wir haben da keinen Schritt vorwärts. Einzige erfolgreiche war halt, ähm, der, ja, der Questkampf. Und dafür habe ich halt nur Ritterlichkeit bekommen, die ich gar nicht mehr benötigt habe, weil wir schon auf 10.000 sind. Aber irgendwann jetzt müsste eigentlich das Endszenario anfangen. Und dann, ja, wir können anfangen. Und dann, ja, wir können anfangen. True Knight of Bretonnia My deeds are legend Paladin of Bretonnia Guten Abend Pinky, grüß dich Was möchte das Raikland von mir? Krieg beitreten, in die Knochen klapsern Über den Gefallen kann ich euch sogar tun Nein, Moment, ihr wollt mir nicht mehr Geld dafür geben Was ist los, warum bin ich so weicherzig plötzlich? Ich hab das gar nicht verdient, dass ich euch unterstütze Ich erinnere mich daran, dass ihr das Chaos im Norden angreifen wollt Und euch dann umentschieden habt So einen Zustand kann ich nicht unterstützen Das ist nicht schlimm, wir haben genug Korruptionsbereinigung So, aber an der Stelle würde ich jetzt erstmal wieder breaken Weil der Hund muss raus Ich hab da gar nichts gebaut an Einheiten Warum hab ich denn jetzt nochmal minus 2000? Armeeunterhalt gestiegen Da muss ich mich dann nächstes Mal drum kümmern Ich glaub Handelseinnahmen sind nicht gefallen Aber irgendwas ist merkwürdig bei den Einnahmen gerade Hm Achso Oh, das drückt ja nicht die Einnahmen der Sturm hier Das hat ja nur einen Einfluss auf die Armeen Das hat ja nicht genugлуztiert Ich weiß nicht, dass ihr nicht den Einheiten Ich bin mit dem Einfluss auf den Einfluss auf dem Ich bin bei den Einfluss aufgrund Untertitelung des ZDF, 2020